Musik Die ich jetzt hier gespielt habe, es ist anders, es ist komplett anders, weil, ähm, nee, nicht komplett, aber, äh, Feuer hast du immer auf, auf groß, auf Masse gebaut und das ist hier gar nicht nötig, sondern du musst wirklich einen ganz kleinen Anfang und nicht peu à peu hochkämpfen. Ja. Das ist, ähm, ja, ein bisschen halt anders als das, was man kennt von, von SimCity. Ja, aber ich find's halt, also ich bin sehr begeistert davon, muss ich sehr sagen. Oh, eben gerade ging alles gut bei meinen Leuten hier, ja, jetzt hören sie schon wieder rum. Ja, ich stimme euch einfach zu, was will die jetzt? Ich soll jetzt 10 Patienten mehr helfen, das kann ich natürlich nicht, wenn die Klinik da oben ist, also muss ich jetzt hier unten mal eine Klinik bauen. Dann mach ich das jetzt mal. Kostet ja nix. Health Coverage von Neighbors Avail, ach so, ach so, ja klar, um die Nachbarn, also dir jetzt zum Beispiel helfen zu können, sobald du eine Klinik hast. Das, das macht alles Sinn, so, die Ambulanz hier schön hinsetzen, auch nicht genug Geld. Was kostet denn diese scheiß Ambulanz? 10.000 für einen blöden Rettungswagen? Ja, sage mal, der ist doch gebraucht. Oh. Nee. So, wie vielen Leuten habe ich schon geholfen? Noch niemanden, was will der hier? Become a small city. Ich will nichts darüber lernen, danke. Jetzt musst du mir wieder aushelfen. Health, also 2500, Resistance. Was, was sind, nee, nicht Resistance, sondern Residents. Residents sind die Einwohner. Sind die Einwohner, ne? Aber, wie viele habe ich denn? Bin ich blöd? Da stehst du neben deinem Geld pro Stunde. Oh. Also, noch mehr grün. Noch mehr grün. Du glaubst es ja nicht. So, ihr kriegt jetzt ein Medium Street hier. Okay, da darf ich nicht bauen. Hört doch auf zu demonstrieren, ihr Penner. Och, Mensch. Die machen es mir aber auch nicht leicht, ne? So. Hast du noch mehr Negativpunkte, außer dieses Always-On? So nicht wirklich, aber die Beta ist ja auch recht beschränkt. Also, wie gesagt, ein paar kleine Grafik-Bugs oder so sind mir aufgefallen. Aber, mein Gott, das ist eine Beta. Das ist... Von daher... So schade ist es halt, dass du auf eine Stunde begrenzt bist oder so. Ja, das finde ich auch echt daneben irgendwie. Weil, finde ich so unnötig. Ich meine, es ist ja schon begrenzt auf zwei Tage, dass man das überhaupt spielen kann. Ich bin mal gespannt. Also, gestern waren die Ausfieler ja echt ziemlich lang. Ob sie da nicht in irgendeiner Form noch sagen, hey, wir hängen nochmal 24 Stunden dran, wenigstens. Aber stimmt, im Grunde hat man trotzdem durch diese einstündige Beschränkung schon... Genau, da hast du nichts gesehen. Und du kannst ja nicht weiterbauen. Das fehlt irgendwie. Wenn ich dann zwei Tage habe, dann möchte ich auch zwei Tage lang eine komplette Stadt mir hochziehen. Und wenn ich jede Stunde wieder von vorne anfangen muss, ist das ja auch irgendwie doof. So, was wollt ihr jetzt noch? Habe ich euch nicht... Ach, komm schon. Ah, jetzt kommt der Zuwachs. Die Leute kommen in die City. Die haben richtig Bock auf mich. Strom ist auch da. Ja, ich sehe gerade, ich konnte gerade mein Rathaus nochmal ausbauen. Und auch das Finanzamt anbauen. Mal gucken, ob ich jetzt... Aber damit machst du dich nicht sehr beliebt, ein Finanzamt zu bauen. Nee, aber ich kann jetzt... Ich kann jetzt doch noch feiner die Steuern verteilen. Und zwar die Steuern für Arme, die Steuern für die Mittelschicht und die Steuern für die Oberschicht. Kann ich einzeln anpassen. Oh, dann mach es mal wie die Linke und mach mal hohe Steuern für Millionäre. Kann ich jetzt hier machen, ja? Ja, und dann mach es... Oh, jetzt kann ich auch upgraden. Mach ich auch mal. Oh, Feuerwerk, Party, yeah! Oh, ja, das feiern sie aber, dass der Bürgermeister sich selber ein größeres Haus gebaut hat. Da sind sie alle glücklich, dass ich das gemacht habe. So, was haben wir hier? So, meine Stunde ist um. Da ist es, Department of Finance. Ich glaube, ich muss doch noch mal eine Verländer noch mal ran. Ja, und da sind sie jetzt am stressen. Da haben sie keinen Bock drauf. Jetzt gucken wir uns das auch noch mal mit dem Geld an. Wo sehe ich denn, wie lange ich jetzt noch kann? Leider gar nicht. Kommt zehn Minuten vorher, kommt ein Pop-Up und sagt, du hast nur noch zehn Minuten. Und dann werde ich wieder ins Hauptmenü geschmissen, oder was? Ja, dann ist Ende und dann kannst du nichts mehr machen, außer auf OK klicken und dann landest du wieder im Menü von SimCity. Okay, also das ist echt heftig, aber habe ich nicht eher angefangen? Oder zählt wirklich nur, dass ich jetzt selber gespielt habe und dass das... Du hast eher angefangen, aber du hast ja vorher noch das Tutorial gespielt. Genau, zählt das Tutorial nicht mit rein? Das zählt nicht mit rein. Nur in diesem freien Bauen hast du 60 Minuten Zeit. Ich möchte jetzt aber bitte noch irgendwie was Böses machen. Irgendwas. Ich werde doch jetzt noch hier irgendwie Zeit haben. Ich muss doch jetzt hier irgendwas... Great Workside. Ich will irgendwas kaputt machen. Ich weiß, was ich mache. Ich sorge jetzt dafür, dass die Leute auf die Straße gehen und ausrasten. Das mache ich jetzt noch zum Schluss. Also ich reiße Strom weg. Ja, hei du. Und weg. Da wäre geil gewesen, wenn die Propeller vom Windkraftwerk, wenn die so schön in alle Richtungen geflogen wären bei der Explosion und hätten hier noch so kleine blöde Häuser mitgerissen hier. Ach, wäre das schön gewesen. So, das habe ich jetzt abgerissen. Jetzt natürlich, ganz wichtig, die Polizei. Wo haben wir die Polizei? Die darf keine Kriminalität... Haben sich denn die Polizei nicht? Klicke ich mal unten drauf. Da, Polizei. Ah, da ist die Polizei. So, die Polizei reißen wir natürlich auch ab. Kostet ja auch nur Steuern, braucht kein Mensch. Und ich muss für Kriminalität sorgen. Kliniken werden abgerissen. Die Klinik wird abgerissen. Dafür bin ich aber voll hart und haue nochmal ein bisschen hier das Scheißekraftwerk hin. Das kommt jetzt genau in die Innenstadt hier von den... So, hier noch eins hin und... Oh, jetzt werden sie böse. Jetzt werden sie böse. Hier kommt... Nee, ich will noch eins. Wo könnten sie denn auch noch voll ausrasten? Jan, sag mal was. Was kann man noch machen, damit die voll ausrasten? Hast du die Steuern hochgedreht? Ach, habe ich auch noch nicht gemacht. Steuern hoch für eine Stadt ohne Strom. Das ist gut. Ey, da würde ich auch gern drin wohnen. So, jetzt machen wir mal hier... Ja, stimmt. Jetzt kann ich hier auch überall plus, 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 plus. Machen wir mal eiskalt. Was ist hier das Maximum? 20 Prozent. Na los, hoch hier. Hoch. Uns geht's gut hier. Oh, 500.000 pro Monat. Da geht noch einiges. So. Oh, sie sind schon am demonstrieren. Ich will, dass sie die Stadt auseinandernehmen. Ich glaube, das schaffst du nicht. Ich weiß es nicht. So, das Geld ist oben. So. Ach, und natürlich, weil jetzt kann ich es mir ja auch leisten, zahle ich meine Kredite zurück. Ist ja gar kein Problem. So. Okay, sie sind schon am demonstrieren. Das ist cool. Aber ich brauche noch was. Ich brauche noch was für Crash. Was machen wir denn? Ich, ähm... Was machen wir denn mal? Ich, ich könnte hier nochmal mit den Straßenblödsinn machen. So, hier. Bam. Einfach mal ein bisschen hier die Straßenstruktur kaputt machen. Bam, bam, bam. So. Und hier auch nochmal schön die Straße in der Mitte zerteilen. Oh, Wasser kriegt die auch nicht mehr. So, aber jetzt muss es, jetzt muss es losgehen. Jetzt müssen die ausrasten. Da hilft gar nichts. Mal gucken, was der freundliche Smiley sagt. Das geht langsam runter mit der Happiness. Das reicht mir aber noch nicht. Es ist so schade, dass ich, dass ich keine Naturgewalten benutzen kann. Oh, ich habe auch noch gar nicht einen Park gezeigt. Einen Park zeige ich euch jetzt auch nochmal hier. Oh, die ersten Häuser brennen. Die randalieren. Uhu. Chaos Tage. Uhu. In Wendetta Hausen. Miau, 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 miau. Lustig ist aber auch, da brennen drei Häuser links von einem roten Smiley. Aber die, die brennen, sind glücklich. Aber der... Ja, sie können ihren frustfreien Lauf lassen. Das hilft. Ja. Oh, jetzt hat der eine auch gemerkt, man, scheiße du, mein Haus brennt. Ich sollte vielleicht meine Smiley-Farbe verändern. Ja, das tut. Ja. Vielen Dank.